hallo willkommen zum feuerberg zum bundesfeiertag für die schweiz es geht los mit einem partyknaller okay so feuerringe habe ich leider nicht alle anbekommen ist kein glatter asphalt aber müsste trotzdem gehen so jetzt mal hier so eine kinder fackel mitten im drei meter maisfeld jawohl und das ist alles komplett nass also richtig nass und da passiert gar nichts kann man genauso gut versuchen den nassen schwamm anzuzünden ok spin doktor mal sehen ja eigentlich geht der leslie spinner fand ich trotzdem fast besser und der letzte xxx xxl weko broma ja der ist am stärksten und am schweizer nationalfeiertag darf natürlich nicht die event torch red fehlen jo wow wow Da wird der grüne Mais komplett rot in Schweizer Nationalfarben hier. Ja, und jetzt habe ich noch ein Finale. Den F1, man sieht es hier, Geysir grün, damit der Mais wieder schön grün wird. Jawohl, und damit tschüss, bis zum nächsten Video. Gut, gut, gut. 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 Vielen Dank.